Sorry, da bin ich wieder. Ich wollte kurz unterbrochen. Weiter geht's. Ich hab keine Ahnung, wie ich die besiegen gefällt. Alter! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Das war so klar! Leck mich! Alter, ich grieb die Krise hier. Wie kommt man hier aus? Ich stelle es doch voll scheiße, ehrlich. Und weg hier. Du Widerling! Schnell weg! Krankerscheiß! Fall um! Alter! Alter! Das ist eine Scheißstelle! Jawoll, absolut! Okay, ich werde dann so weit hier abzuhauen. Ich auch! Bloß weg hier, ey! Diese Schändler sind ja richtig kacke! Alter! Aber das sind echt einfache Gegner! Oh, was ist denn weiter? Ja, kranker Mist sage ich nur. Kranker Mist! Was? Was zur Hölle war hier los? Ich würde sagen, ein Zugunfall. Danke, Sherlock. Oh nein! Ich frag mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Wenn du das denn was willst? Ich bin nicht mehr gegründet. Ich bin nicht mehr gegründet. Ich bin ja nicht mehr gegründet. ... ... ... ... ... ... Ist das schon wieder näher? Bisher sind die Gegner ultra krank. Einfach nur. Hey, ich helf dir da hoch. Ja. Was ist das? Komm. Okay. Auf geht's. Schon fast geschafft. Wollen wir mal mit? Ich hätte das mal gern so'n Scharfschützengewehr. Absolut. Das hab ich so gerne. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Weg! Da! Alli, deine Maske! Hier, wir können meine tun. Nein, 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 nein! Was? Sie sind sicher! Dina, hör auf! Stopp! Was? Nein! Elli, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Bin immun. Ich huste nicht. Siehst du? Fuck. Dina? Shit. Kannst du laufen? Ja. Ja. Dann ich zieh weg! Los! Nicht los, warte! Lauf, Dina! Ich hole mal den Kopf von der Wildhorde! Kommt, ey! Lass mich in Ruhe! Hier lang! Schnell! Fuck! Nach rechts! Schämbler! Kommt schon! Alter, diese ist so... Ultra... Ekelhaft! Ja! 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 Krankenhaus! Einfach krank! ひ... Tina... Hi! What am Iезing? Hi. Hi... Hi. Was hast du geschafft? Ich hab dich... Hier... Geht's? Okay, sieht gut aus. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporn eingeackt. Du weißt doch... Ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Oh, die Verletzung. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Wussten. Und jetzt du. Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaub, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Wind sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten... Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich... Ich... Ich scheine auch, ob sie sicher ist. Aber woher weiß sie das? Das finde ich interessant. Woher? Wo sieht es aus mit meinen Pillen? Ich bin ja gerne unendlich, welche. Dann könnte ich das nicht machen. Kassandra. Ah, von Kassandra. Ah, von Kassandra. Okay. Ich frage mich, wie viele in diesem Stück sterben. Hier rüber? Hä? Nein, hier ist nichts. Nö. Ich habe so ein Gefühl, hier wird irgendwas auf mich zukommen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Deshalb... Orscher. Ich werde es nicht gewählt.